Es war einmal ein armer Farmer, der lebte mit seinen drei Enkelen auf einem Bauernhof. Alle, die dort lebten, liebten die Tiere. Eines Nachts wurde die Kuh und das Schwein geklaut. Sie waren wütend und traurig zugleich und wussten nicht, was sie tun sollten. Wir müssen den Täter schnell finden! Der Täter hatte seine Mütze verloren und weil sie diese Mütze kannten, wussten sie, wer das war. Es war unser Nachbar Hermann, der die Kuh und das Schwein geklaut hatte.